Hey Leute, heute finde ich mal mein Jump. Und bevor man losgeht, muss man noch diesen Zettel draufkleben. Das mache ich auch. Zuvor muss man sich das nicht platzieren. Und jetzt kann es losgehen. Kommt nicht! Ich kann meine Beine nehmen. Ich kann meine Beine nehmen. Ja, das geht. Ja, das geht. AHHHHH! Ja! Ja! Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Das war's heute MyJump. Hat's euch gefallen? Gebt einen Daumen hoch. Und wenn ihr mal schon mal in MyJump wart, schreibt es mir in die Kommentare. Tschüss. 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 Tschüss.